Musik Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herderinge Online. Wir befinden uns hier mit unserem Schurken Millimark Level 82 in der Wildermark und zwar in einem kleinen Flüchtlingslager. Wir haben beim letzten Mal schon einige Aufgaben gemacht und auch ein Sitzungsspiel gespielt. Und jetzt geht es hier weiter. Auf jeden Fall hat der Schnee schon mal nachgelassen, zumindest hier im Lager. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die Suche nach dem vermissten Mann. Sprecht mit Züneberg. Sucht das Haus der Fischer. Diese Aufgabe muss abgeschlossen werden, bevor die Flüchtlinge Weishag verlassen. Okay. So, dann sollten wir noch mit Züneberg reden. Es sind hoffnungslose Zeiten für die Joglierin. Die Realität, den Besitzer des verlassenen Hauses. Ja, den hatte ich bereits schon zufällig beim letzten Mal gefunden. Das war irgendwie auch eine Tat, die ich abschließen sollte und habe dafür auch nochmal fünf Schockpunkte bekommen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob man nur ihn finden sollte bei dieser Tat oder ob das halt eine ganze Reihe von Sachen waren und er war nur der letzte, der mir noch gefehlt hat. Das ist irgendwo so ein kleines Häuschen hier hinten im Wald und da sitzt dieser Typ eben drin. Ansonsten sind wir... Oh, die müssen wir bestimmt auch irgendwann nochmal sammeln, die Rüben. Sind wir schwer beschäftigt mit dem Epos. Da haben wir zwar in der letzten Folge nichts für getan, aber in der ganzen Folge davor. Und der Epos und die Bingo Boffin Story, das sind auch die Aufgaben, die wir vorlesen, während wir alles andere einfach nur dann machen, wenn halt der Epos zu schwer geworden ist. So, da ist er. Ein weiterer Fremdling, der mir einen Fluch auferlegen will oder sucht ihr Zuflucht vor der Kälte. Was ist das? Sprecht sofort. Sucht den Gegenstand in seinem Haus. In seinem Haus? Wie soll ich das machen? Das Haus ist recht über sich. Ach so, in seinem eigentlichen Haus. Ja, der ist ja hier nur hingeflüchtet. Der hat in Dunfast, hier in dem Örtchen, auch noch ein Haus. Was ist das? Besiegt Orks in den Wäldern von Weishag. Okay, das machen wir auch. Außerdem sehe ich... Ist das zu gefroren? Ja. Der hat ja auch nochmal einen Ring über dem Kopf. Das heißt, wenn ich den jetzt töte, kriegen wir wahrscheinlich sowieso nochmal eine ähnliche Aufgabe, so und so viele Orks zu töten. Das ist mir in der letzten Folge schon mit den Wölfen aufgefallen. Da hatten wir die Aufgabe bekommen, Pelze zu sammeln für Wintermäntel. Und erst als wir diese Aufgabe hatten, hat sich auch über den Wölfen selber noch ein Ring aufgetan. Wenn man einen getötet hatte, hieß es, man soll noch zehn weitere töten. Das finde ich sehr gut. Wo häufig ist es ja so, dass man... Ja, man sieht, hier ist ein Ring über dem Kopf. Ja, wunderbar. Dann mache ich das mal. Und findet einen besiegten Belagerungsanführer der weißen Hand. Okay. Ja, dann hat man gerade zehn getötet und dann kriegt man die Aufgabe, man soll die Pelze sammeln und darf dann eigentlich gleich wieder von vorne anfangen. Und ja, das Soro mag ich das immer nicht so besonders gerne. So, hier drüben ist das kleine Ork-Lager. Ich nehme einfach mal an, dass wahrscheinlich der Anführer von denen hier drin ist, wenn es nicht nur irgendwo ein größeres Lager gibt. Ah, der da vielleicht? Der auf dem Wark? Da stand ja irgendwas mit Belagerung. So, ich werde mich allerdings gleich nochmal ein bisschen buffen. Wir haben ja noch ein bisschen Reste-Essen dabei. Hier, das kann man mal auf irgendwie unsere Waffe tun. Okay. Wir haben außerdem noch Schutz- und Kampfkunde. Das lesen wir auch. Wer weiß, wie viel wir hier noch kämpfen müssen. Und dann schnappen wir uns hier noch ein paar... Oh, da hinten kämpft einer. Ne, die kämpfen nur miteinander, wie es aussieht. Ho, ho, ho. Wenn wir den anderen mal gleich wegrätseln, wenn das klappt. Ja, es hat geklappt. Belagerungsanführer der weißen Hand. Der da ist das. Der auf dem Wark scheint es nicht zu sein, aber der kommt hier wahrscheinlich sowieso gleich wieder vorbei. So, Nummer eins. Ist das hier ein Elite? Ne, normal. Das ist ja schön. Zack. Und jetzt bist du dran. Oh, er hat mich entwaffnet. Mist, Kerl. So, ich hoffe, der war das. Ja, der war das auch. Sehr schön. Gut, dann mache ich noch die anderen fünf Orks hier. Und dann suchen wir mal das Haus von dem Typen. Wir sind an dem Haus, wo der Ring ist. Ich nehme mal an, es sollte also das Haus von dem Typen sein. Und hier sollen wir jetzt irgendwas suchen. Und zwar Steinfragment. Wahrscheinlich ein Teil von diesem Artefakt. Dieses eiskalte Fragment ist in Formation von Nurzum und an allen Stellen, äh, von Nurzum und an allen Stellen, die er bewandert hat, sehr ähnlich, ja. Das ist wohl wahr. Das sollen wir jetzt wieder zu Ioteth bringen. Orks habe ich inzwischen genügend besiegt. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob der uns hier irgendwie weiterhelfen kann. Das Signal gerade über meinem Kopf, das heißt so viel, wie ich habe bemerkt, dass irgendwo in der Umgebung was rumschleicht. Ich habe es allerdings nicht gesehen. Der weiße Zauberer hat uns wirklich alles genommen. Der weiße Zauberer hat uns wirklich alles genommen. Ähm, okay. Was haben wir hier? Wieder ein Sitzungsspiel. Das ist eine kleine Erinnerung, die ich erneut durchleben möchte. Aber ich werde es tun, wenn es euch dabei hilft, unser Land zu retten. Keine Erinnerung, die er nochmal durchleben will, ja. Okay, kein Sitzungsspiel. Das merkwürdige Steinfragment, das in Dunfars gefunden worden ist, hat eine Geschichte. Eine alte und dunkle Geschichte. Es ist traurig zuzusehen, wenn das Heimatland zugrunde geht. Ich werde euch alles erzählen, woran ich mich erinnern kann, Willi Mark. Ihr werdet mir den Tod wünschen, wenn ihr hört, was ich der Wildermark angetan habe. Du warst das also. Äh, wenn ihr es wissen möchtet, wie ich an diesen Stein gekommen bin, ich werde es euch erzählen. Es war vor etwa einem Jahr an einem schönen grünen Tag. Ein grüner Tag, aha. Als es wärmer war, spazierte ich oft umher. Denn die Wälder. Aber es schneit ja trotzdem schon. Ja, so sieht es hier eigentlich aus, ne? Alter Wanderer. Oh, es ist Gandalf. Diese Lande waren einst so wunderschön. Iothets Stimme malt eurem Geist ein Bild seines Spaziergangs an jenem schicksalhaften Tag vor ungefähr einem Jahr. Die Wälder des Weißhag fühlten sich gegenüber den kahlen, weißen Sprossen, die heute aus dem Schnee herausragen, sehr unterschiedlich an. Folgt Iothet. Iothet erinnert sich daran, durch die grünen Wälder des Weißhag zu wandern. Vielleicht ist das Saruman. Sehe ich da etwa noch einen Wanderer? Da gehen wir doch einfach gleich wieder. Das heißt ja, dass der Gandalf sehr, sehr ähnlich sehen soll. Seid gegrüßt Reisender und der sieht ja fast aus wie Gandalf. Weshalb seid ihr unterwegs, mein Freund? Stammt ihr aus diesem Land? Antwortet bitte. Ja, in der Tat. Kann ich... Ich bin erschöpft. Ihr werdet mich in euer Haus einladen, um viele Dinge zu besprechen. Ich sehe, dass ihr erschöpft seid, werter Herr. Da ist die Magie der Stimme. Wollt ihr nicht zu mir nach Hause kommen und euch etwas setzen? Dunfass ist nicht weit von hier. Das klingt fast, als wäre es ein Jedi. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Der weiße Zauberer hat uns wirklich alles genommen. Ja, rastet in meinem Haus. Wir können uns über alles unterhalten. Die U-Täter erinnert sich daran, lange Zeit mit einem alten Wanderer zusammengesessen zu haben. Sagt mir, wer ist der Anführer dieser Lande? Also, es wäre gar, wie Grewe der Wildermark. Wie alt ist er? Ist er stark? Wohl auf. Seine Familie ist stark, doch ist er nicht mehr jung. Ist das so? Und wer wird sein Erbe antreten? Unsere Grewe hat viele stattliche Söhne. Garnot, Gafris, Etzing und so weiter. Und dann ist da noch Trim Rotbart, der Held der Wildermark. Für Gavik ist er wie ein Sohn. Im Kampf kann ihm niemand das Wasser reichen. Wirklich? Jetzt sagt mir, welcherlei Festungen gibt es in diesem Land? Er wollte alles über die Wildermark wissen. Ich weiß nicht, wieso. Ich danke euch für eure Zeit und eure Gastfreundschaft. Es war sehr aufschlussreich. Ja, die ganzen Söhne von dem Gräfen sind nämlich inzwischen tot. Ich lasse euch dieses Geschenk, damit ihr euch an den Dienst erinnern könnt, den ihr dem alten Wanderer erwiesen habt. Und dies war der Moment, in dem er den Stein genau dort platzierte, wo ihr ihn gefunden habt. Die Kälte kam sofort. Ich war so verängstigt. Es ist traurig, zuzusehen, wenn das Heimatland zugrunde geht. Iothet beschließt seine Erzählung. Die Erinnerung ist sonderbar, diffus, verwirrend. Ich fühle mich nicht so, als ob ich dort gewesen wäre. Es kommt mir eher so vor, als ob ich in gewisser Entfernung zu viel über diese Dinge gesprochen hätte, die nicht für fremde Ohren bestimmt sind. Ich erzählte es einem Nachbarn, doch sie hielten mich für verrückt. Der Stein versetzte mich in Schrecken. Er ließ mich vor Kälte erstarren. Also ging ich fort. Nun ist es überall kalt. Und es ist meine Schuld. Würde ich auch sagen. Und nun seht ihr, was der Stein bewirkt hat. Die Kälte kam vor nicht zu langer Zeit über unser Land. Und sie war ebenso unnatürlich wie die Kälte, die mein Haus vor einem Jahr gefrieren ließ. Ist es meine Schuld, weil ich ihm so viel erzählt habe? Vermutlich. Es ist traurig zuzusehen, wenn das Heimatland zugrunde geht. Bitteschön, Milimark. Eine dunkle und verfluchte Erzählung, nicht wahr? Der Stein, den Saruman, aha, also doch, Irrthet gab, ist der Schlüssel. Er ist ein Fragment des Steins, den Nurzum auf seinem Rücken mit sich trägt. Aha. Er ist die Quelle der Kälte, die sich über die ganze Wildermark ausstreckt. Denn sie wandert stets mit Nurzum. Garvik muss unverzüglich von dieser Entdeckung erfahren. Okay, cool. Erzählt Südeberg-Iothets-Geschichte. Also wieder zurück ins Flüchtlingslager, nehme ich mal an. Es sei denn, die sind inzwischen weitergewandert. Und da sind wir auch schon wieder zurück im Flüchtlingslager. Hört Südeberg zu. Nur, ich habe schon genug Zeit damit vergeudet, mich um diese sanftmütigen Leute zu kümmern. Ich sollte nach Trüm suchen. Er braucht uns und wir brauchen ihn dringend. Naja, der Trüm, der wurde von diesem Eisriesen in die Gegend irgendwo gepfeffert. Und wir suchen deswegen nach ihm. Vermutlich ist er aber längst tot. Wir haben ihn tatsächlich auch schon beerdigt, weil wir dachten, er wäre tot. Vielleicht lebt er ja noch. Ich habe es, wie gesagt, ja noch nicht durchgespielt. Ich habe das jetzt nur vorgelesen, weil es offenbar für die Story, also alles dreht sich ja hier um die Vereisung von der Wildermark. Auch wenn es kein Epos ist, habe ich es aber trotzdem deswegen mal vorgelesen. Ich fürchte, was derzeit in diesem Landen vorliegt. Schon gut, schon gut. Ich werde euch in Vorlach treffen. Zünebergs Weigerung ist stark, aber sie willigt eine Flüchtlinge sicher nach Vorlach zu bringen. Ich werde dafür sorgen, dass diese Leute sicher dort ankommen. Okay. Gut, das heißt, sucht das Haus der Fischer. Ja, genau. Das sollten wir ja noch machen, bevor die weg sind. Sonst geht es nicht mehr. Dann machen wir das jetzt schnell. Und das hier ist das Fischerhäuschen. Wir haben allerdings für die Fischer schon ein paar Aufgaben gemacht. Es scheint niemand daheim zu sein. Angelrute. Klicken wir die mal an. Fischer auf diesem Gestell sind frisch gefangen. Vielleicht sind die Fischer in der Nähe und fangen weitere Fische. Ja, möglich. Möglich. Wie gesagt, wir haben für die schon ein paar Aufgaben gemacht. Eventuell müssen wir jetzt nur noch einmal irgendwie mit denen reden oder so. Ich bin auch nochmal im Namen des Epos unterwegs, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass uns der Epos irgendwann nämlich auch nochmal nach Doomfast führt. Das heißt, wir sind eigentlich ein bisschen hinterher in der Story vom Epos im Gegensatz zu der restlichen Story, weil es ist ja mehr oder weniger ein Handlungsfaden, der sich hier durch die Bildermarkt zieht. Und man kommt ja im Prinzip von einem Ort zum anderen. Wir haben am Anfang einfach den Epos die ganze Zeit liegen gelassen. Und jetzt wollten die ja, dass wir hier Waagreiter auf den Brachen vernichten und eben diese Straßen belagerenden Urukai hier. Und auf den Brachen, da waren wir ja schon vor zwei oder drei Folgen und haben dort die ganzen Aufgaben gemacht. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch diese Karte von Gleowine bei Dunfast, weil der da nämlich auch nochmal hinkommt. Und das heißt, wir hätten jetzt eigentlich den Epos schon mit den Aufgaben dort machen sollen. Und ja, momentan reiten wir deswegen halt ständig irgendwie hin und her, weil ich zeitlich sozusagen mit dem Epos einfach hinterher hinke. So, den habe ich halt deswegen so lange vor mir her geschoben, weil es auch wieder haufenweise berittene Kämpfe waren, die ich persönlich immer sehr schwer finde. Vor allem, wenn man natürlich dann auch noch fünf Level unter seinen Feinden ist, dann wird es natürlich nicht unbedingt einfacher. So, wir sollen jetzt fünf von diesen Uruks besiegen und fünf Waagreiter. Davon habe ich allerdings schon drei. Für den Epos sollen wir jetzt hier auf dem Hof mit Horn reden. Mehr oder weniger wieder dasselbe. Schon wieder Waage und Waagreiter. Na gut, wir können auch nur Waage besiegen und Feldfrüchte sammeln. Ja, wie gesagt, wir hatten diese ganzen Hofaufgaben ja eigentlich schon. Und ist denn das hier Etzingshof? Nee, eigentlich nicht. Wo ist denn der? Zeigt er mir gar nicht an, obwohl ich den Pfeil drauf habe. Ähm, hm, der hier? Ja, okay. Also da drüben irgendwo. Ja, Feldfrüchte und Waage besiegen. Das ist der Hof, wo wir gerade eben auch schon die Waagreiter besiegt haben. Gut, dann mache ich das jetzt auch nochmal auf dem Hof. Wie gesagt, wir waren hier überall schon. Wir sind halt einfach mit dem Epos ein bisschen hinterher. Wenn wir das alles zeitgleich gemacht hätten, dann hätten wir das alles in einer Aufgabe machen können. Ich weiß, dass hier Kisten mit irgendwelchem Gemüse sind. Das habe ich schon gesehen. Und ja, ansonsten muss man eben Waage und oder Waagreiter besiegen. Und ich habe ja hier gerade eben schon die Waagreiter besiegt. Also das ist auch ein bisschen blöd. Dumm gelaufen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind irgendwo diese Kisten. Genau, brauchbare Feldfrüchte. So sieht es nämlich mal aus. Und die schnappen wir uns jetzt. Hoffentlich ohne bemerkt zu werden. Nö, mit bemerkt werden. Na schön. Ja, dann dauert das Ganze ja wieder ein kleines bisschen länger. Dann werde ich mal wegrätseln und den anderen bekämpfen, wenn ich denn mal wieder mitkämpfen dürfte. Waage gibt es hier eigentlich gar nicht so viel. Es gibt auf jeden Fall das Waagmuttertier. Ansonsten stehen hier in der Umgebung vielleicht so zwei, drei rum. Es gibt auf jeden Fall mehr Waagreiter. Hier wird geheilt. Das ist ja nicht so schön. So, einen haben wir. Ja, ihr seht ja selber, ne? Brauchbare Feldfrüchte. Hier sind zwei Kisten. Wir brauchen insgesamt vier davon. Da hätten wir also schon mal die Hälfte. Und Waage sind hier halt drumherum. Wir kommen jetzt wieder nach Vorlach. Wir sollen auch die Feldfrüchte, die wir da auf dem Waghof gesammelt haben, hier bei irgendeinem Händler abgeben. Und außerdem sollten wir ja sowieso nochmal mit jemandem reden. Hier ist die Vorratshändlerin. Vielen Dank dafür. Hab Dank. Ich bin froh, dass ihr die Orks dieses Erntegut nicht geplündert haben. Wir werden es gewiss noch brauchen, wenn dieser schreckliche Winter nicht schon morgen endet. So plötzlich wie er gekommen ist, könnte er ja auch wieder enden. Falls dem nicht so ist, erkauft uns diese Feldfrüchte ein paar zusätzliche Tage. Das ist wohl das Beste, was wir uns erhoffen können. Sprecht mit Gleowinen vorlach. Ja, wie gesagt, wir müssen ja ohnehin Richtung Garvik. Und der Gleowine, der befindet sich sozusagen auf der Brücke zur Methalle. Da muss man hier oben über so einen Steg. Hier drüben ist zwar noch eine Aufgabe, aber es ist eine Gefährtengruppeaufgabe. Also kleine Gefährtengruppe. Deswegen wird das wahrscheinlich die einzige Aufgabe sein, die wir hier nicht machen. Wir kommen allerdings ganz gut voran. Jetzt, wo die Aufgaben für uns ein bisschen leichter werden. Eigentlich hätte ich ja gedacht, solange die Aufgaben noch so extrem schwer sind, kriegt man auch sehr, sehr viele Erfahrungspunkte. Aber irgendwie ist dem nicht so. So, hier ist Gleowinen. Boah, diese Kälte. Das hat mit der Wildermark meiner Jugend nichts mehr gemeint. Oh, diese Kälte. Das fühlt sich ganz anders an, als die Wildermark meiner Jugend, Millimark. Ich bin als junger Mann von hier weggegangen und kehrte als alter Mann zurück. Aber das Land, das mich begrüßt hat, hat sich sehr, hat sich mehr verändert, als ich mich selbst verändert habe. Verlassene Höfe, gefrorene Flüsse, Feinde hinter jedem Baum und jedem Stein. Was werden wir nur vorfinden, wenn wir meinem Heimatort Dunfast, ja da kommen wir gerade her, erreichen. Wenn diese Aufgabe erfüllt wird, wird auf Gleowins Karte ein optionales Zwischenspiel freigeschaltet. Aha, ich habe nicht beim letzten Mal schon wieder die Karte eingeklickt, weil ich dachte, sobald der hier erscheint, gibt es ein neues Zwischenspiel. Aber offenbar nicht, weil das, was hier jetzt zu machen ist, das hatte ich bereits gemacht. Deswegen habe ich es schon zweimal gemacht. Hey, Essen. Ich habe es satt, mir Sorgen zu machen. Ich will selbst sehen, was aus meiner Heimat geworden ist. Ich war schon seit vielen Jahren nicht mehr dort. Aber als ich das letzte Mal die Wildermark bereiste, war das Land selbst ganz anders. Was kann aus dem kleinen Dorf geworden sein, in dem ich geboren wurde? Ich will mir nicht anmaßen, unsere Route zu ändern, wenn nicht alle einverstanden sind, Millimark. Falls ihr dieser Reise zustimmt und Horn und Korudan dies ebenfalls tun, wäre ich für einen Besuch und Dunfast dankbar. Stimmt ihr nicht zu, so verstehe ich das und bitte euch, um meinen Vorschlag zu verzeihen. Okay, dann reden wir kurz mit den beiden hier. Da haben wir sozusagen ja die andere Aufgabe beinahe wieder eingeholt, weil wir waren ja gerade in Dunfast. Ich werde allerdings nochmal mit dem Gräfen hier drin reden. Vielleicht schickt er uns ja auch wieder nach Dunfast zurück. Dann muss ich nicht zweimal hin und her laufen. Ich frage mich, ob Gleowine in Dunfast ein wärmeres Willkommen erwartet, als es mir in Ohrenburg zuteil wurde. Wird er, so wie ich, die Reise bereuen? Horn runzelt die Stirn. Ach, das war ein schlechter Scherz. Ich habe viel, für das ich dankbar sein kann. Und nur ein armseliger Mann hält die Gesundheit und Sicherheit seiner Familie für selbstverständlich. Gleowines Familie hat Dunfast zwar schon lange verlassen, aber ich kann seinem Wunsch verstehen herauszufinden, was aus dem Ort geworden ist. Ich stimme der Reise zu. Habt ihr etwa geglaubt, ich würde es nicht tun? Ich kann Gleowines Verlangen sehr gut verstehen. Mir würde es genauso gehen. Ich verstehe Gleowines Wunsch vollkommen, Millimac. Ich würde dasselbe fühlen, hörte ich solch besorgniserregende Nachrichten aus Lothlorien. Wir wären in der Tat schlechte Gefährten, würden wir diese bitte zurückweisen. Wir sollten nach Dunfast reisen, auch wenn die Situation dort wohl nicht anders als in den übrigen Wildermark. Äh, dort ist als in der übrigen Wildermark. Lasst uns um Gleowines Willen hoffen, dass ich falsch liege. Reist in das Dorf Dunfast inmitten des Weißhaaks in der Wildermark. Das machen wir, aber wie gesagt, ich rede vorher nochmal mit dem hier. Eventuell schickt er uns ja auch wieder zurück. Wahrscheinlich schickt er uns aber eher irgendwo weiter. Und, ähm, ja, dann können wir uns eventuell ja einen Weg sparen. Hier sitzt da der Gräwe. Der weiße Zauberer hat uns wirklich alles genommen. Ich bin so froh, euch in einem Stück zu sehen, Millimac. Habt ihr das Rätsel des Relikts lösen können? Ihr erzählt Gavik alles, was euch Iotets berichtet hat, über den Stein und über den alten Mann, von dem ihr wisst, dass er Saruman ist. Der Riese trägt einen riesigen Stein mit sich und Saruman hatte etwas damit zu tun. Das ist es also. Das Eis stammt von Nurzum selbst und folgt ihm überall hin. Diese Lande waren einst so wunderschön. Jetzt könnt ihr sehen, wozu Saruman fähig ist. Ein böser, verfluchter Stein, der den Winter mitbringt, wo auch immer er hinkommt. Nurzum trägt ihn hin und her und er zieht überall in diesen Gebieten Zerstörung nach. Werdet ihr versuchen, mehr darüber herauszufinden, wie Nurzum diesen Stein benutzt? Teurer, treuer Schurke, wenn ihr dies machen würdet, würde ich Züneberg nachsehen lassen, wie es der Stadt Scheunenhöhe im Norden ergangen ist. Aha, da geht es also dort als nächstes hin. Sprecht mit Züneberg, dass Gavik möchte, dass sie sich in Scheunenhöhe umsehen soll. Das können wir ja machen, aber wir müssen leider dann trotzdem erst nochmal nach Dunfast. Eventuell fühlt uns der Epos ja dann auch nochmal nach Scheunenhöhe. Nein, Melimack, ich lasse mich diesmal nicht davon abbringen. Ich werde nach Trüm suchen, denn er ist unsere Hoffnung. Ihr habt gesehen, wie nur zum einen Moment schwächer wurde, als das Horn geblasen wurde. Äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Ihr müsst selbst nach Scheunenhöhe gehen. Ich werde nach Trüm suchen. Wenn ich irgendwas von dem Stein sehe, den ihr sucht, werde ich es euch wissen lassen. Erzählt Gavik von Zünebergs Absage. Oh, oh, das hört er bestimmt nicht gern. Züneberg will nicht nach Scheunenhöhe. Sie will lieber in den hohen Hügeln nach Trüm suchen. Es ist traurig zuzusehen, wenn das Heimatland zugrunde geht. Sie ist weg, ohne mit mir zu sprechen. Tatsächlich, gerade eben stand sie da noch, jetzt ist sie weg. Dummes Mädchen. Wann wird sie akzeptieren, dass Trüm nicht mehr ist? Es ist interessant, wie die vermeiden, das Wort, also das Wort Tod vermeiden. Ich bitte euch, überzeugt sie zurückzukommen. Ich weiß, was Trauer ist und sie muss sich ihr stellen. Sie sollte lieber denen helfen, die noch am Leben sind. Versucht Züneberg davon zu überzeugen, dass Gavik zurückzukehren, an sich ihrer Trauer zu stellen. Na, und wo ist sie jetzt? Okay, Züneberg will offenbar gerade ihr Pferd satteln. Ich mache Gavik nur ungern Kummer, aber ich komme nicht zurück. Ich werde Trüm nicht im Stich lassen, wenn er unsere Hilfe braucht. Gavik wird mir danken, wenn ich ihm Trüm zurückbringe. Und zusammen werden wir nur zum Verteidigen, äh, Vertreiben. Ja, Verteidigen will kaum, sagt Gavik. Blablabla, also wieder zurück. Züneberg ist sich weiterhin sicher, dass Trüm am Leben ist. Ja, gut, also wieder zurück. Tja, tut mir leid, Gavik, aber die ist einfach mal echt stur. Es ist traurig zuzusehen, wenn das Heimatland zugrunde geht. Sie ist also weg? So ist es denn. Ich fürchte, ihr müsst die Last, die auf die Wildermarkt gelegt ist, nunmehr allein auf euren Schultern tragen, Millimark. Leider müssen wir im Moment die Suche nach Antworten wie nur zum diesen Stein benutzt zurückstellen. Es ist wichtiger, dass wir Nachrichten nach Scheunenhöhe senden, damit die bevorstehende Evakuierung vorbereitet wird. Ich werde den Tod weiterer meiner Leute nicht dulden. Der weiße Zauberer hat uns wirklich alles gemacht. Nehmt die Straße nach Norden durch den Weißhag in Richtung Scheunenhöhe. Okay, Weißhag, na da liegt ja auch Dunfast auf dem Weg. Also denke ich doch mal. Dann können wir ja vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und da sind wir. Kein Lufthauch regt sich und Dunfast scheint von unnatürlicher Stille erfüllt. Was ist hier geschehen? Ich sehe keine Anzeichen einer Schlacht. Dunfast war nie ein großes Dorf. Aber es waren immer Menschen auf der Straße. Was ist hier geschehen? Ich sehe keinerlei Kampfspuren. Wo sind die Menschen? Wir sollten das Dorf durchsuchen, Millimark, schon wieder. Das haben wir ja bei der letzten Aufgabe schon gemacht. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Wir vier werden Dunfast gemeinsam erforschen. Sprecht mit Gleowina und erforscht Dunfast gemeinsam. Okay, ist also eine kleine Instanz. Wir sind schon da. Genau, das machen wir noch schnell. Und in der nächsten Folge machen wir dann, glaube ich, das Sitzungsspiel. Ich wurde vor vielen, vielen Jahren in Dunfast geboren. Das ist nur aus dem Dorf geworden, an das ich mich noch immer lebhaft erinnern kann. Von hier aus sieht Dunfast fast so aus, wie ich es in Erinnerung habe. Doch, wo sind all die Leute? Leute, lasst uns ins Dorf gehen und herausfinden, ob hier noch jemand, irgendjemand ist, der uns sagen kann, was geschehen ist. Geht mit Gleowina, um Dunfast zu erforschen. Ah, als ich Dunfast verließ, mein ganzes Leben lag vor mir. Also war ich ein junger Mann, ja. Seht, dort drüben, jemand hat diese Säcke durcheinander gebracht. Ja, das war ich. Seht, seht ihr jemand? Ich glaube, wir sind allein. Nein, ich bin mir nicht so sicher, Horn. Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. Korudan. Ich spüre, dass Augen auf uns gerichtet sind, Millimak. Doch ich kann nicht sagen, ob es freundliche oder feindliche Augen sind. Seid auf der Hut. Er forscht Dunfast mit Horn, Korudan und Gleowin. Dies ist das Haus meiner Kindheit. Ah, das ist doch das Haus, von dem der hinten im Wald wohnt. War es schon immer so klein? Damals kam es mir viel größer vor. Ah, was haben wir denn hier? Was habt ihr gefunden, Horn? Ich glaube, ich habe herausgefunden, wo sich unser geheimnisvoller Beobachter verbirgt, Millimak. Irgendjemand versteckt sich in diesem Busch. Tatsächlich. Seid auf alles gefasst. Dann werde ich diese Person ergreifen, bevor sie uns gefährlich werden kann. Macht euch auf alles gefasst. Horn macht sich bereit, den geheimnisvollen Beobachter in Dunfast zu ergreifen. Macht euch bereit. Ich werde unseren Beobachter aus seinem Versteck treiben. Vorsicht, es könnte ein Ork sein. Das wäre in der Tat ein kleiner Ork, wenn er sich in diesem Busch versteckt. Ich bin auf alles gefasst. Überraschung. Eine Maus. Eine Spitzmaus. Könntet ihr mir hilflich sein, Millimak? Vielen Dank, Millimak. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen und dabei die eigene Würde in Mitleidenschaft zu ziehen, als von einem gefährlichen Feind überrascht zu werden. Ja, wenn er schon in einer Spitzmaus erliegt, dann wäre ja alles andere viel schlimmer geworden. Diesmal war es nur eine Spitzmaus. Nächstes Mal ist es vielleicht ein verborgener Feind. Korudan kann gerne den nächsten Beobachter aus seinem Versteck vertreiben und vielleicht werde ich dann derjenige sein, der lacht. Ich spüre, dass jemand euch vier anstarrt. Ihr spürt. Nona starrt euch mit gehetztem Blick an, ein Ausdruck der Überraschung im Gesicht. Ihr müsst uns viele Tage lang gefolgt haben, uns in der Wildermark zu finden. Das habe ich nicht, Horn. Ich habe nicht nach euch gesucht. Was? Die sind ja verknallt. Ich wusste nicht, dass ihr in diesem Dorf sein würdet. Ich bin hierher gekommen, um Vorräte zu besorgen. Wir haben genug übrig. Ich kann nicht wieder mit euch reisen, Horn. Warum sagt ihr das? Es gibt eine Stadt weiter im Norden. Ich habe Leute dort gefunden. Ich habe sie in eine Höhle in den Bergen in Sicherheit gebracht. Sie sind immer noch schwach, um auf sich alleine gestellt zu überleben. Ich bin in dieses Dorf gekommen, um Lebensmittel und Vorräte für sie zu stehlen. Ja, das habe ich doch schon längst gemacht. Ich kann euch nicht länger auf eurem Abenteuer begleiten. Vielleicht, wenn eure Schutzbefohlenen wieder zu Kräften gekommen sind. Ich kann euch nichts versprechen, Horn. Es tut mir leid. Nona, es ist gut, euch wiederzusehen. Wie können wir diesen Leuten in eurer Obhut helfen? Ich habe nach essbaren Wurzeln gesucht, wie jene, die es im Dunland gibt. Millima kennt sie. Sie haben heilkräftige Eigenschaften. Ich muss zurück. Nona, ihr habt das Schwert eures Bruders überlassen. Lasst es mich euch zurückgeben. Es begehrt danach, bei euch zu sein. Ich weiß es. Horn. Bitte behaltet es. Ich bin nicht länger Wadus Geist. Wadu ist ihr Bruder. Und tschüss. Ein Blick in Nona's Gesicht sagt mir, dass sie nicht darauf vorbereitet war, Horn in Thunfass zu sehen. Sie ist sich über ihre Gefühle für ihn noch nicht klar geworden. Indem sie sich um die verletzten Leute gekümmert hat, die sie erwähnte, mag sie es aufgeschoben haben, ihre Gedanken zu ordnen. Oder vielleicht in die Situation so kompliziert, dass sie mehr Zeit braucht, um sich über eine Lösung klar zu werden. Selbst ohne die Ablenkung, die ihr ihre Verantwortlichkeit bescheren. Horn scheint untröstig zu sein. Doch er muss nicht verzweifeln. Ich habe unsere dunländischen Heißsporn noch nicht aufgegeben. Und das sollte er auch nicht tun. Das ist die Frau, die Horns Herz gestohlen hat. Er hat oft über sie gesprochen, seit wir zusammenreisen. Doch nicht ein einziges Mal hat er erwähnt, dass sie aus einem Stamm der Dunländer stammt. Und nun ist sie in dieses Dorf gekommen, das Dorf meiner Kindheit, um hier Waren und Vorräte zu stehlen. Ja, Moment mal. Cleowin schüttelt seinen Kopf. Ach, ich erinnere mich. Wie es war, jung zu sein, wenn Blut und Leidenschaften im Frühling loderten. Es ist nicht an mir, über sie zu urteilen. Wenn Horn sie so sehr vermisst, dann hoffe ich, dass sie noch einmal überdenkt, ihn abgelehnt zu haben. Ich verstehe das nicht, Millimack. Es ist Tage her, dass ich Nona das letzte Mal erblickte und meine Gefühle für sie sind seitdem nur stärker geworden. Die Zuneigung, die sie für mich empfand, bevor wir nach Ohrenburg kamen. Ist sie fort? Habe ich sie mir nur eingebildet? Das kann noch nicht sein. Horn ist sichtlich bekümmert, doch nichts, was ihr sagen könntet, würde ihn trösten. Hm. Ich weiß nicht, was ich denken soll, Millimack. Dieses Wiedersehen ging nicht so vonstatten, wie ich es mir gewünscht hätte. Ihr haltet mich sicher für einen Dummkopf. Wenigstens seid ihr so höflich, das nicht laut zu sagen. Hm. Dummkopf. Ihr müsst mich für einen Narren halten, doch ihr seid so gütig, es nicht auszusprechen. So habe ich mir diesen Tag nicht vorgestellt, Millimack. Ich dachte, Nona würde wieder Teil meines Lebens werden und alles würde so sein, wie ich es will. Nicht wie sie oder ihr beide das wollt. Nein, nein. Aber dies habe ich nicht gewollt. Nun bin ich verwirrter als je zuvor. In Liedern ist die Liebe nie so, Millimack. Sie fühlt sich so an, als ob dieser unnatürliche Winter, der das Land umklammert hält, auch Nonas Herz erkalten lässt. Das kann sein. So Vitalität und Macht ist gut, Vitalität und Beweglichkeit ist besser. Vitalität und Wille, Vitalität und Schicksal brauche ich nicht. Nona sagte, dass sie in einer der Höhlen Zuflucht gefunden habe. Aber wir sollten nicht sofort dorthin gehen. Okay. Nona sagte, sie habe einige Flüchtlinge in einer Höhle in den hohen Hügel in Sicherheit gebracht. Aber wir können nicht sofort dorthin reisen. Ich brauche Koro da nicht, um zu wissen, dass solch ein Wiedersehen so kurz nach diesem ersten Zusammentreffen eine Katastrophe wäre. Horn reibt sich die Schläfen, doch er kann die Erschöpfung auf seinem Gesicht nicht verstecken. Alles, was ich in der Wildermark erlebt habe, ist so schleierhaft, Millimark. Nur diese Begegnung mit Nona habe ich klare Erinnerung. Wie kann ein solcher Herzschmerz zugleich Entzücken und Trauer hervorrufen? Sprechen wir mit Koro da außerhalb von Dunefast? Wir müssen im Weishag tun, was immer wir dort tun können. Aha, Knollenfrüchte. Das wird sicherlich allen helfen. Das dachte ich mir schon, denn ich hatte hier nämlich, ich weiß gar nicht, ich glaube in der letzten Folge schon irgendwelche Rüben gesehen, aber keine Aufgabe dazu bekommen. Horn mag ratlos sein, aber ich weiß, was zu tun ist. Wir müssen tun, was immer in unserer Macht steht, um die Gegenwart der weißen Hand in Weishag zu bekämpfen. Das wird Nona helfen. Es wird uns helfen und es wird sicherlich auch den Einwohnern von Dunefast helfen, sollten noch welche von ihnen am Leben sein. Es sollte sogar Horn ein wenig helfen. Er muss etwas zu tun haben, sonst wird er wieder nur darüber nachgrübeln, dass er Nona verloren hat. Er mag auch so darüber nachgrübeln, aber wenn wir diese Energie für einen guten Zweck nutzen können, hätte dieses verfrühte Wiedersehen vielleicht noch ein gutes. Korodan spielt einen Moment lang Gedanken verloren an der Sehne seines Bogens herum und spricht dann weiter. Nona hat Knollenfrüchte erwähnt, die am Fuße der Bäume wachsen. Ich denke, ihr solltet einige sammeln, falls ihr welche seht. Ist nur eine Idee, aber wir könnten morgen etwas Zeit sparen, wenn wir sie heute schon sammeln. Besiegt Orks im Weishag vier Stück und findet Knollenfrüchte. Ja, machen wir aber beim nächsten Mal. Ich wollte nur gucken, ob man hier auch beide Sachen machen kann. Ja, kann man. Dieses Sitzungsspiel machen wir nämlich dann in der nächsten Folge. Denn an dieser Stelle ist für diese Folge wieder Schluss. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe online. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020